Der Haider. Der Haider hat ein Erfolgsformat namens Haider Hated. Twinti wie LKA World by the Woonzimmer haben ein Format mit dem Namen Ich HATE da mal eine Frage. In beiden Formaten wird gehatet. Twinti, wir sind Illuminaten, wie ich bereits entdeckt habe. Vielleicht stecken sie unter einer Decke. Dort muss einfach ein Zusammenhang bestehen. Haten. Haten ist das englische Wort für Hassen. Hass. Laut Wikipedia ist Hass eine sehr starke und tiefe Abdeigung gegen Menschen oder bestimmte Zustände. Abdeigung hat wohl Buchstaben. Leon Machère hat elf Buchstaben. Die Differenz zur Abdeigung beträgt zwei. Leon Machère besteht aus zwei Wörtern. Zufall? Ich denke nicht. Der Haider hated Leon Machères Song Mädchen aus dem Block. Sie will ihn in den Mund nehmen. Ich mein Magnum Eis mit Nusscreme. Magnum Eis. Magnum. Magnum ist ein Revolver. Revolver. Suchen wir Leon Machère Revolver auf YouTube finden wir Mimis Video, wo er berichtet, dass er gejagt, bedroht und von ihm beklaut wurde. Simon Desu war auch dabei. Mimis betitelt Simon Desu als invertiertes Röntgenbild. Röntgenbild. Auf einem Röntgenbild sieht man das Skelett. Skelett. Skelett hat sieben Buchstaben. Wenn wir nach sieben googeln, wird uns das iPhone 7 angezeigt. Leon Machère benutzt ein iPhone. Was das damit zu tun hat, dass der Haider ein Illuminat ist? Absolut alles. Der Haider benutzt den Hass auf YouTuber und invertierte Röntgenbilder, um von seinen Machenschaften abzulenken, die er zusammen mit dem Mädchen aus dem Block plant, um viele Magnum-Revolver zu erschaffen, die wie das Eis aussehen, um alle Menschen zu töten, die gerne Magnum alles essen. Der Haider hat neun Buchstaben. Das Illuminati-Dreheke hat drei Seiten. 9 durch 3 gleich 3. Das Illuminati-Dreheke hat drei Ecken. 3 ist eine Zahl. Das Dreheke hat ein Auge. Wir haben den unbestreitbaren Beweis. Der Haider ist Illuminati-Confirmt. 3 ist eine Zahl.